Okay, genau, das ist diese Kipp-Kopf-Kipp-Übung. Sollen wir mal in diese Belting-Übung reingehen? Und Kipp-Kopf nicht so tief. Stopp, 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 ja? Kein Haar einbauen. Machen wir mal A Cappella. Ja, aber nicht, nicht, äh, sondern wirklich dann. Ä-äh, äh, 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 ja, 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 ja. Mach das mal nochmal ein bisschen höher. Ä-äh, äh, 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 aber kein Äh. Das ist das Problem, ne? Stell dir mal vor, es ist äh, 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 ja, besser. Gleich nochmal. Alright, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in das Angels rein. So, haben wir es gemeinsam verstanden? Ich kann es auch mal stretchen, ne? Alles, du Männer, stretchen. Versuch nur, während des Songs immer wegzukommen von der, von der Enge, ne? Weil irgendwann kommen die Taschenhalten zu sehr zusammen. Ich würde ganz gerne was zum Head-and-neck-Anchoring machen. Das bedeutet, dass wir den Nacken, die Nackenmuskulatur, und den Nacken mehr mitnehmen. Ich mach mal an. Hast du gefühlt, dass die Nackenmuskulatur sich ein bisschen erweitert? Die Äh, die Äh, die Äh. Ja. Was sagst du denn selber? Also, wo brennt es irgendwie? Oder so, was sagst du selber? Also, ich denke, dass mir das jetzt noch mal mit dem Head-and-neck-Anchoring, ähm, mehr bringt. Ja. Ich würde sagen, dass mir das noch mal mehr Unterstützung jetzt gerade gibt. Ja. Dass es ein Stück weit einfacher ist nochmal für mich. Ja. Genau. Das ist doch gut, ne? Man muss eben gucken, ne? Viele Wege führen nach Rom und nicht alle, nicht alle, aber viele, ne? Genau. Ich würde jetzt mal in das Bounty U reingehen, oder? Okay, ganz kurz, wir machen mal jetzt schon. Versuch mal mehr in die, sing mal die Vokale, äh, A Cappella. Sweet love, sweet love, trapped in your love, I've opened up. Ja, und dann noch mal. I've opened up, unsure I can trust. I opened up, unsure I can trust. Sweet love, sweet love, trapped in your love, I've opened up. Yeah, aber es ist zu sehr, äh, zu hell in den Vokalen. I've opened up, unsure I can trust. Und weniger in das, äh, mehr Herz für mich klar. I opened up, unsure I can trust. Aber es ist mir noch zu sehr, äh, äh, I've opened up. Also mehr, mehr ist es zu nah aneinander. Mehr auf die A-Vokale aber mehr fallen lassen. I've opened up. I've opened up, unsure I can trust. Und es ist immer noch zu eng, yeah. Unsure I can trust. Unsure I can trust. Sweet love, sweet love, trapped in your love, I've opened up. Trotzdem A-Vokal, es ist sehr hell. Trust, trust, also mehr Ton, mehr in den Vokal rein. Sure I can trust, my, my, my heart, and I, we buried in dust. Sweet love, sweet love, trapped in your love, I've opened up, unsure I can trust. Yeah. My heart and I, we buried in dust. Free me, free us. Viel besser, ne?